Der Landkreis Rotenburg mit Kreissitz in Rotenburg an der Fulda war bis 1972 ein Landkreis in Hessen. Der größte Teil seines ehemaligen Gebiets gehört heute zum Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Geografie Der Landkreis grenzte Anfang 1972 im Uhrzeigersinn im Osten, beginnend an den Kreiseisenach im Bezirk Erfurt der DDR sowie an die hessischen Landkreise Hersfeld, Fritzler-Homberg, Melsungen und Eischwege, Geschichte Der Landkreis Rotenburg wurde 1821 im Kurfürstentum Hessen gebildet. Seine Vorgänger waren die Ämter Rotenburg und Sontra. 1823 wurden Illingshausen, Grebenhagen, Mühlbach, Rabolzhausen, Saasen und Salzberg zum Kreis Homberg geschlagen. Am 1. Januar 1837 kamen Diemerode und Heierode aus dem Kreis Eischwege zum Kreis Rotenburg. Gleichzeitig wechselten Meckbach und Mecklar aus dem Kreis Rotenburg in den Kreis Hersfeld. Nach der Annexion von Kurhessen durch Preußen als Folge des Deutschen Kriegs im Jahre 1866 gehörte der Kreis zum Regierungsbezirk Kassel der preußischen Provinz Hessen-Nassau. Erlingerode kam als ehemaliger Gutsbezirk 1928 zur Stadt Rotenburg. 1929 erfolgten weitere Auflösungen von Gutsbezirken, in deren Folgegemeinde Neugründungen und Eingemeindungen innerhalb des Kreises Rotenburg erfolgten. Seit 1946 war der Landkreis Teil des Deutschen Bundeslandes Hessen. Vor Beginn der hessischen Gebietsreform umfasste der Landkreis 68 Gemeinden, darunter die drei Städte Bebra, Rotenburg an der Fulda und Sontra. Durch eine Reihe von Gemeindefusionen im Verlauf des Jahres 1971, bei denen auch die neun Gemeinden Ludwig-Segg und Wildeck entstanden, verringerte sich die Zahl der Gemeinden bis Juli 1972 auf 26. Im Rahmen der hessischen Kreisgebietsreform wurde der Landkreis am 1. August 1972 aufgelöst. Die Stadt Sontra, in die bereits 1971 die Gemeinden Berneburg, Blankenbach, Breithau, Diemarode, Heierode, Krauthausen, Lindenau, Ulfen, Weißenborn und Wölfterode eingegliedert worden waren, kam zum Landkreis Eischwege, der heute Bestandteil des Werra-Meißner-Kreises ist. Die Gemeinde Rengshausen, in die bereits 1971 die Gemeindenhausen, Lichtenhagen, Nausses und Nenterode eingegliedert worden waren, kam zum neu gegründeten Schwalmeder-Kreis. Alle übrigen Gemeinden wurden Teil des neuen Landkreises Hersfeld-Rotenburg, gleichzeitig kam es zu weiteren Gemeindefusionen, bei denen unter anderem die neue Gemeinde Allheim entstand. Punkt. Der amtliche Name während der preußischen Zeit war Landkreis Rothenburg in Hessen-Nassau. Nach dem Zweiten Weltkrieg lautete der amtliche Name Landkreis Rothenburg. Zur Unterscheidung vom Landkreis Rothenburg in Hannover im heutigen Niedersachsen waren aber die Bezeichnungen Landkreis Rothenburg oder Landkreis. Rothenburg, Fulda gebräuchlich, Einwohnerentwicklung, Landkreis große Gemeinden, Gemeinden des Landkreises Rothenburg mit mehr als 1.000 Einwohnern. Gemeinden. Zum Landkreis Rothenburg gehörten im Verlauf seines Bestehens die folgenden Gemeinden und Gutsbezirke, Asmushausen, Atzelrode, Bauhaus, Neugründung 1929, Baumbach, Bebra, Bienhausen, 1971, zu Ludwigseck, 1972, zu Ludwigsau, Bellas-Gunkelrode, Gutsbezirk, 1929, zu Bauhaus, Berneburg, 1972, zum Kreis Eischwege, Blankenbach, 1972, zum Kreis Eischwege, Blankenheim, Bosserode, Boxerode, Gutsbezirk, 1929, zu Solz, Brach, Braunhausen, Breithau, 1972, zum Kreis Eischwege, Breitenbach, Kornberg, Neugründung 1954, zuvor als Gutsbezirk, 1928, zu Rockensüß, Dankerode, Denz, Diemerode, 1836, zum Kreis Rothenburg, 1972, zum Kreis Eischwege, Erlingerode, Gutsbezirk, 1928, zu Rothenburg, Erlingshausen, 1823, zum Kreis Homberg, Erdbenhausen, Erxhausen, Ersrode, 1971, zu Ludwigseck, 1972, zu Ludwigsau, Gertorode, Gilvershausen, Grebenhagen, 1823, zum Kreis Homberg, Gutelsgutsbezirk, 1928, zu Rothenburg, Heinrode, 1971, zu Ludwigseck, 1972, zu Ludwigsau, Hausen, 1972, zum Schwallmederkreis, Ergershausen, Heilrode, 1836, zum Kreis Rothenburg, 1972, zum Kreis Eischwege, Höhnebach, Hornel, 1938, zu Sontra, 1972, zum Kreis Eischwege, Ibar, Imnshausen, Königswald, Krauthausen, 1972, zum Kreis Eischwege, Licherode, Lichtenhagen, 1972, zum Schwallmederkreis, Lebensgutsbezirk, bis 1929, Lindenau, 1972, zum Kreis Eischwege, Lispenhausen, Lüdersdorf, Ludwigseck, Neubildung, 1971, 1972, zu Ludwigsau, Machtlos, Meckbach, 1836, zum Kreis Hersfeld, Mecklar, 1836, zum Kreis Hersfeld, Metzler, Gutsbezirk, 1929, zu Sontra, Mönchhausbach, Mühlbach, 1823, zum Kreis Homburg, Mündershausen, Nausses, 1972, zum Schwallmederkreis, Nenterode, 1972, zum Schwallmederkreis, Nentershausen, Niederellenbach, Niedergude, Niedertalhausen, Oberellenbach, Obergude, Obersuhl, Obertalhausen, 1971, zu Ludwigseck, 1972, zu Ludwigsau, Rabolzhausen, 1823, zum Kreis Homburg, Rassdorf, Rautenhausen, Rengshausen, 1972, zum Schwallmederkreis, Richelsdorf, Rockensüß, Ronshausen, Rotenburg an der Fulda, Saasen, 1823, zum Kreis Homburg, Salzberg, 1823, zum Kreis Homburg, Schwarzenhasel, Seifertshausen, Zolz, Sontra, 1972, zum Kreis Eischwege, Stärkelshausen, Süß, Ulfen, 1972, zum Kreis Eischwege, Weißenborn, 1972, zum Kreis Eischwege, Weißenhasel, Weiterode, Wildeck, Neubildung, 1971, Wölfterode, ab 1972, beim Kreis Eischwege, Wüstefeld Gutsbezirk, 1928, zu Azilrode, Kfz-Kennzeichen, am 1. Juli 1956 wurde dem Landkreis bei der Einführung der bis heute gültigen Kfz-Kennzeichen das Unterscheidungszeichen R.O.F. zugewiesen. Es wurde bis zum 31. Juli 1972 ausgegeben. Seit dem 1. August 2013 ist es im Landkreis Hersfeld-Rotenburg wieder erhältlich.